Hallo Leute, mein Name ist Mr. Mysterium. Das hier ist mein Abschied-Video von Season 7. Aber wohl angemerkt nicht mein letztes. Weshalb... Erklär ich gleich. Tatsächlich sind nur 13 vom Wegner-Team. Oder sind es 18? Ich kann es nicht genau erkennen. Ah ne, es sind 18. Ja, es ist ja noch fairer. Naja, nicht so ganz, aber halt fairer als wenn nur 13. Hä? Blablabla. Also. Ich habe, ja, gesagt, als ich das Video von Artikel 13 gemacht habe, dass ich ein Video gemacht habe, aber nicht veröffentlichen werde, sondern löschen. Das habe ich gesagt. Ja, ich erinnere mich noch. Und ich habe mich entschlossen, das hier nicht zu löschen, weil das so gut geworden ist eigentlich. Ganz okay, finde ich jedenfalls. Deswegen dachte ich, bringe ich das sozusagen als Finale von Season 7. Außerdem habe ich jetzt noch ein paar Infos für euch zu Season 8. Also, erstens in Season 8 werden höchstwahrscheinlich die Flugzeuge entfernt. Einerseits schade, einerseits schade, einerseits, hm, naja, okay. Und Kreativmodus wird den Early Access Modus verlassen, endgültig. Und die finale Version wird veröffentlicht. Was heißt, dass die ganzen Bugs und so nicht mehr kommen werden, wahrscheinlich. Vielleicht werden ab und zu da mal ein paar Glitches noch auftreten. Aber ansonsten ist es eigentlich jetzt dann fertig. Wow, ich drücke wieder das gleiche in meinen Glitch. Eieiei, egal. Ähm. Und weiter geht's mit der nächsten Sache. Ähm. Nämlich, dass in dem Kreativmodus dann werden viel mehr weitere Gegenstände kriegen werden als die Pair. Ja, unter anderem werden da auch limitierte Items sein. Also, limited time, ähm, Modus-Gegenstände. Und, was ist das? Das ist klar. Super. Ja, ich habe immer noch das an. Und, ich finde es einfach lustig. Egal. Ähm. Jedenfalls halt, limitierte Gegenstände werden dann im Kreativmodus dann sein. Wie zum Beispiel das Jetpack. Man, munkernd, munkernd sinkt da so rum, dass angeblich auch zum Beispiel das Infinite Blade oder das, ähm, Infinity Godlim dann verfügbar ist. Aber, ich weiß nicht. Ich fände das ziemlich cool. Ähm. Aber, ich weiß nicht, ob Epic Games das wirklich bringen wird. Aber, wenn ja, dann ist das richtig cool. Und, ich hätte da schon ein paar Ideen, was ich machen könnte. Wir werden vielleicht auch noch dann, äh, die, eine fünfte Stufe für den Gefangenen kriegen. Jedenfalls behaupten, dass viele, äh, und Leakers behaupten das ebenfalls. Deswegen, mal sehen, wie es da so abläuft. Und, ich weiß nicht, wie es da so abläuft. Und, ich weiß nicht, wie es da so abläuft. Ja, ich hab die ganze Arbeit gemacht und du kassierst. Okay. Machen wir nicht. Aua. Saniert meine Absicht. An als erstes. Aber wie ist es? Ja. Was ist das? Eh, mein Gott. Danke. Leute, wir sollten mal aufpassen, wo die Schüsse herkommen. Die Schüsse herkommen. Das Team hier ist schwach. Die Schüsse herkommen. Die Schüsse herkommen. Das ist also die Schüsse. Schüsse herkommen. Die 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 Schüsse herkommen. mehr für mich ein Schuss und ich wäre weg sogar eine Spitzhacke und ich wäre weg ja 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 ich bin so betchen ja 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 Das war's. Ah ja, schade. Hi. Du. Rache ist kugelhart. Das war's. Das war interessant, die Runde. Also Leute, seid um die 17 Uhr wieder online. Ich werde da das Video veröffentlichen, das ich halt voraus gemacht habe. Bye-bye. Obwohl, ich sing denen noch was, die die verloren haben. Was willst du von mir? Ich bin's Meister, das zeig ich dir. Nimm dich vor mir hin, nachdem ich bin krass. Ich versteh hier keinen Spaß. Also Leute, das war's mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Daumen nach oben zu lassen, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und mich euren Freunden weiter zu empfehlen. Mit eben allem gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.